In dem schwierigsten Moment ihres Lebens kreuzen sich die Wege von Dennis und Thierry. Eine mutige Tat eines Jungen, der auf der Straße schlief, und seines treuen Hundes löst eine Reihe von Ereignissen aus, die Herzen erwärmen werden. Diese Reise, in der die Kraft der Empathie alle Barrieren überwindet, zeigt, dass wahre Großzügigkeit Leben auf überraschende Weise verändern kann. Dennis war ein zerbrechliches Kind, eine Seele, die von seinen eigenen Eltern im Stich gelassen wurde. Schon von den ersten Momenten seines Lebens an kannte er die Bitterkeit von Vernachlässigung und Zucht. Seine Eltern waren Alkoholiker, sie lebten in prekären Verhältnissen, in denen die Flaschen mit Alkohol einen wichtigeren Platz einnahmen als die Fürsorge und Liebe, die sie ihrem Sohn hätten entgegenbringen sollen. Dennis, Kindheit war eine Abfolge dunkler Tage. Er konnte sich kaum an Zeiten erinnern, in denen das Lachen von Kindern ein natürlicher Bestandteil des Lebens war. Schon als kleines Kind nahmen seine Eltern ihn mit zu den Ampeln der Stadt, damit der Junge von den Autofahrern um Almosen bitten konnte. Das wenige Geld, das Dennis zusammenbekam, wurde von ihnen genommen, um ihre Sucht zu füttern, und ließen ihn hungrig und verlassen zurück. Doch die Misshandlungen beschränkten sich nicht nur auf materielle Entbehrungen. Der Junge erlitt körperliche Misshandlungen, harte Worte und verächtliche Blicke, als wären sie verdiente Strafen. Mit der Zeit begann Dennis, alleine auf den Straßen zurechtzukommen. Mit neun Jahren beschloss er, dass er kein Ballast mehr für seine Eltern sein wollte. Er lernte, in dunklen Gassen und auf kalten Gehwegen vor einigen Geschäften in der Innenstadt zu schlafen. Sein einziger Begleiter war sein treuer Hund, der ihn in den kalten Nächten begleitete. Zusammen durchstreiften sie die Stadt, auf der Suche nach Nahrung und versuchten, eine Beschäftigung zu finden, um der Leere zu entkommen, die sie umgab. Dennis begann, eine Art Stillenmut zu entwickeln, genährt von dem Entschluss, auf eigener Faust zu überleben. Dennoch war die Traurigkeit ein ständiger Begleiter in seinem Leben. Das Gefühl des Verlassenwerdens, der Schmerz über die harten Worte seiner Eltern und die Einsamkeit lasteten wie ein gnadenloser Anker auf seinem Herzen. Manchmal kehrte er nach Hause zurück, in der Hoffnung, unschuldig einen Zufluchtsort in den Armen seiner Eltern zu finden, aber stattdessen wurde er mit Verachtung und Anschuldigungen empfangen. Du taugst nichts, warum bist du hierher zurückgekommen? Sagten sie verächtlich. Wir können es nicht mehr ertragen, dich zu unterstützen. Seine Eltern, frustriert und unglücklich mit ihren eigenen Leben, machten Dennis zu einem Ziel für ihre Verbitterung. Sie sagten ihm immer wieder, dass er nie anders sein würde, dass er dazu verdammt sei, denselben Weg der Selbstzerstörung zu gehen, den sie gewählt hatten. Leider war Dennis schon in jungen Jahren daran gewöhnt, dass Traurigkeit sein Leben beherrschte. Doch irgendwo tief in ihm glühte noch ein kleiner Funke Hoffnung. Es war der Glaube daran, dass er eines Tages einen Weg finden würde, um der Dunkelheit zu entkommen, die ihn umgab. An einem scheinbar gewöhnlichen Tag für Dennis und seinen treuen Hundefreund war die Routine wie immer, auf der Suche nach Dosen und Materialien, die ein paar Cent einbringen könnten. Dieses Mal jedoch beschloss Dennis, sich auf eine abgelegene Straße außerhalb der Stadt zu wagen, in der Hoffnung, wertvollere Gegenstände zu finden, und sein Hund konnte frei herumlaufen. Während sie die Straße entlang gingen, hing die Sonne am Himmel und die Landschaft erstreckte sich vor ihnen. Es war eine willkommene Abwechslung zur Monotonie der Stadtampeln. Plötzlich begann der Hund des Jungen ununterbrochen zu bellen und seine Aufmerksamkeit auf einen kleinen Graben am Straßenrand zu richten. Dennis, fasziniert und gleichzeitig vorsichtig, bewegte sich langsam, um zu untersuchen. Sein Herz begann schneller zu schlagen, als seine Augen auf eine alarmierende Szene trafen. Dort, neben einem verbogenen und blutigen Fahrrad, lag ein bewusstloser Mann. Es sah alles danach aus, als wäre es ein schwerer Unfall, als wäre er überfahren oder mit großer Wucht gestürzt und bewusstlos geworden. Ein Schauer lief Dennis über den Rücken, aber Mitgefühl und Hilfsbereitschaft überwanden jede Angst. Er näherte sich dem Mann behutsam und beobachtete seine Atmung genau. Ein Gefühl der Erleichterung durchströmte ihn, als er herausfand, dass der Mann zwar lebte, aber bewusstlos war. Die Panik wich einer entschlossenen Entschlossenheit. Dennis wusste, dass er den Mann nicht einfach dem Schicksal überlassen konnte. Die Dringlichkeit der Situation veranlasste Dennis, schnell zu handeln, und sein wacher Verstand fand eine Lösung. Mit einem Stück Pappe in der Hand hatte er eine Idee, er würde den Mann an einen Ort ziehen, wo er Hilfe holen konnte. Entschlossen zog der Junge den verletzten Mann mit all seiner Kraft an einen Ort, an dem er auf Hilfe von Erwachsenen hoffte. Nicht weit entfernt fand er einen kleinen Lagen. Dennis zögerte nicht, laut um Hilfe zu rufen, verzweifelt um Unterstützung bittend. »Helft mir,« ruft einen Krankenwagen. Seine Stimme heilte durch die ruhigen Straßen. Ein Mann, aufmerksam auf den dringenden Appell des Jungen, handelte sofort und rief den Notdienst an. Bald darauf kam ein Krankenwagen, begleitet von geschickten Rettungskräften, die darauf vorbereitet waren, jede Situation zu bewältigen. Während sie dem verletzten Mann erste Hilfe leisteten, fragten die Rettungskräfte Dennis, ob er den Patienten kenne. Der Junge schaute den unbekannten Mann an, dachte über seine Worte nach und antwortete schließlich ehrlich. »Ich kenne diesen Mann nicht,« sagte er. »Ich habe ihm nur geholfen, weil ich sah, dass er wirklich Hilfe brauchte.« Der Krankenwagen fuhr zum nächsten Krankenhaus, ließ Dennis mit seinem treuen vierbeinigen Freund zurück. Als er die blinkenden Lichter des Krankenwagens verschwinden sah, hatte Dennis keine Ahnung, wie diese Tat des Mitgefühls sein Leben nachhaltig verändern würde. Später an diesem Tag kehrte der Junge in die Innenstadt zurück, wo er erneut mit der Ungewissheit konfrontiert wurde, einen Platz für ihn und seinen treuen Hund für die Nacht zu finden. Der Mann, den Dennis gerettet hatte, war Thierry, ein angesehener Millionär und Geschäftsmann in der Stadt. Als Besitzer ausgedehnter Ländereien und mit einem beträchtlichen Vermögen hatte Thierry eine besondere Leidenschaft, das Radfahren. Er liebte es, sich mit langen Fahrten auf den kurvenreichen Straßen der Gegend herauszufordern, eine erfrischende Flucht aus seinem hektischen Geschäftsleben. An diesem Schicksalstag wurde seine Leidenschaft zu einem Kampf ums Überleben. Während er auf der abgelegenen Straße fuhr, wurde er brutal von einem Fahrer angefahren, der ihn in einen tiefen und einsamen Graben schleuderte. Der Fahrer fuhr weiter, ohne Hilfe zu leisten, und ließ Thierry schwer verletzt und bewusstlos zurück. Wenn Dennis und sein treuer Hund ihn nicht gefunden hätten und er noch länger an diesem Ort geblieben wäre, könnten die Folgen irreversibel gewesen sein. Verloren in diesem abgelegenen Graben war die Wahrscheinlichkeit, dass jemand den verunglückten Geschäftsmann fand, fast gleich null. Thierry blieb drei Tage bewusstlos, sein Körper verletzt und sein Verstand durch die Kopfverletzung getrübt. Als er endlich wieder zu Bewusstsein kam, war sein Gedächtnis immer noch lückenhaft, und er kämpfte darum zu verstehen, was passiert war. Der Tag von Thierrys Entlassung kam, und er begann sich zu erinnern, was passiert war. Die Information, die ihm von einem der Krankenpfleger über einen Jungen mitgeteilt wurde, der ihn in einer heldenhaften Tat gerettet hatte, hatte ihn tief berührt, und seitdem hegte er den Wunsch, Dennis für das Retten seines Lebens zu belohnen. Der Krankenpfleger hatte auch darauf hingewiesen, dass der Junge einen Hund hatte und in der Nähe lebte. Thierry teilte seiner Frau seinen Wunsch mit, den Jungen zu finden und zu helfen, der so viel Mut und Mitgefühl gezeigt hatte. Sie stimmte zu, und gemeinsam beschlossen sie, eine Suche zu unternehmen und die Gegend mit dem Auto zu durchqueren, in der Thierry von Dennis gefunden worden war. Es waren mehrere Tage unermüdlicher Suche, bei denen jede Ampel, jede Ecke und jeder Hinterhof nach dem Kind durchsucht wurden, das Thierrys Herz so tief berührt hatte. Aber bis zu diesem Zeitpunkt blieb der kleine Held ausweichend, als ob das Schicksal entschieden hätte, sie getrennt zu halten. Schließlich, an einem sonnigen Tag, als sie durch die vertrauten Straßen der Gegend fuhren, bemerkten Thierry und seine Frau etwas. Sie sahen einen Jungen mit einem Hund, der auf einem Bürgersteig saß. Thierry hielt dann in seiner Nähe an und fragte nach seinem Namen, und es war Dennis, der kleine Retter, der den Lauf seines Lebens verändert hatte. Das Treffen war voller Emotionen. Thierry, mit Dankbarkeit in den Augen, ging zu Dennis und kniete sich vor ihm hin. Das Kind, anfangs überrascht, lernte schnell den Mann kennen, dem es Wochen zuvor geholfen hatte. Dennis, mit seinem Hund an seiner Seite, schaute neugierig zu Thierry und seiner Frau. Thierry begann zu sprechen, »Du bist der Junge, der mich gerettet hat, nicht wahr?« »Du bist ein wahrer Held.« Denises Augen glänzten, als er demütig nickte. Der Mann bedankte sich dann bei dem Jungen und sagte, dass er ihm auf irgendeine Weise helfen wollte. Dennis spürte die Wärme der aufrichtigen Dankbarkeit von Thierry und seiner Frau, die den Jungen, der ihnen in einer verzweifelten Situation die Hand gereicht hatte, nie vergessen würden. Der mitfühlende Blick von Thierry und seiner Frau zeigte ein tiefes Interesse daran, die Geschichte von Dennis zu verstehen, in dem Versuch zu verstehen, wie sie dem jungen Mann am besten helfen könnten. Auf einer nahegelegenen Bank sitzend, lag der Hund neben ihnen, begann Dennis seine traurige Reise durch die Straßen der Stadt zu teilen. Er berichtete, wie er schon seit seiner frühesten Kindheit von seinen Eltern auf die Straßen gebracht worden war. Seine Eltern waren Alkoholiker und kümmerten sich nicht um seine Bedürfnisse. Die schmerzhaften Worte und Misshandlungen waren bitter, und das Fehlen von Liebe und Sicherheit hatte ihn in die harte Realität der Straßen getrieben. Thierry und seine Frau hörten aufmerksam zu, mit mitfühlenden Augen, während Dennis' Geschichte sich vor ihnen entfaltete. Sie wussten, dass sie dem Jungen helfen würden, ein sicheres und liebevolles Zuhause zu finden, in dem er sein Leben neu beginnen konnte. Mit Aufrichtigkeit und Großzügigkeit machte Thierry einen Vorschlag, der Dennis' Schicksal für immer verändern würde. Er sagte dem Jungen, dass er ihr Zuhause als Zuflucht nutzen könne, und bot ihm die Möglichkeit eines besseren Lebens, fernab von der Realität, die ihm so viel Leid brachte. Überraschung und Dankbarkeit leuchteten in Dennis' Augen. Ein wenig zögerlich akzeptierte er das Angebot mit Demut und Freude. Der Junge sagte, dass er mit seinen Eltern sprechen müsse, aber als er dorthin ging, wurde er erneut verachtet. Sie kümmerten sich wirklich nicht darum, was ihr Sohn tat oder nicht tat. Dennis glaubte im Grunde, dass seine Eltern es nicht erlauben würden, aber sie antworteten doch ohne zu zögern, du kannst ihn mitnehmen, wenn du willst, er bereitet uns nur Probleme. In diesem Moment war der Junge sehr traurig, aber er wusste, dass er mit diesem Paar ein anderes und besseres Leben haben könnte. In den folgenden Tagen begann Dennis, ein völlig anderes Leben kennenzulernen. Tieres und seiner Frau's Haus bot ihm nicht nur ein sicheres Dach über dem Kopf, sondern auch Liebe, Bildung und Möglichkeiten, von denen er nie zu träumen gewagt hatte. Der kleine Junge, der einst an den Ampeln gelebt hatte, wurde nun von Liebe und Hoffnung umgeben, während auch sein treuer Freund, Lille, einen besonderen Platz in der neuen Familie fand. Einige Zeit später erwies sich Dennis als bemerkenswertes Kind. Er wollte nur die Chance bekommen, geliebt und umsorgt zu werden. Thierry und seine Frau äußerten den Wunsch, ihn zu adoptieren und ihn rechtlich zu ihrem Sohn zu machen. Der Junge weinte vor Freude und konnte ein erfülltes Leben führen. Das Leben von Dennis, dem Jungen, den viele auf den Straßen für unsichtbar hielten, und das von Thierry, dem erfolgreichen Unternehmer, kreuzten sich in diesem kritischen Moment. Eine Handlung des Mitgefühls des Kindes gab Thierry eine zweite Chance im Leben. Und während Dennis in seinem neuen Zuhause heranwuchs, trug er die Erinnerung daran, wie eine Geste des Mitgefühls seinen Weg in den dunkelsten Stunden erleuchtet hatte, und verwandelte sich von einem verlorenen Jungen in einen jungen Mann voller Versprechen und Möglichkeiten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, erwägen Sie bitte, ein Like zu hinterlassen und sich das nächste Video anzusehen, das gerade auf Ihrem Bildschirm erscheint. Sind Sie noch nicht abonniert? Abonnieren Sie jetzt, um keine weiteren Videos zu verpassen und helfen Sie uns, noch weiter zu wachsen.